Hallo lieber Skorpion und herzlich willkommen zu deiner Märzlegung. Diese Legung ist für dich, falls du den Skorpion im Sonnenzeichen, Mond, Ascendenten oder der Venus hast. Herzlich willkommen auch an die Crosswatcher für all die Skorpione, die jetzt zuschauen. Wenn du mit dieser Legung nicht resonierst, dann schau dir einfach deine anderen Legungen an, sprich Sonnenzeichen, Mondzeichen, Ascendenten oder eben die Venus. So, schauen wir mal die Energien für den Skorpion jetzt im März. Wir machen das in dieser Runde ein bisschen anders, denn wir gehen in jede Woche rein. Erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche. Ziehen die Herausforderung und den Tipp für dich. Ziehen dann noch eine Orakelkarte, da kriege ich das Stopp rein. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Erste Woche, vier Stäbe, sieben Münzen und fünfter Münzen. Das ist spannend, weil auf der einen Seite jetzt in der ersten Woche im März wird ein Meilenstein erreicht und es gibt einen Grund zum Feiern. Es können jetzt gute Nachrichten reinkommen. Vielleicht gibt es aber auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Event oder eine Feier, zu dem du gehst, wo vielleicht auch andere Menschen sind, was dir sehr viel Freude bereitet. Also insofern, die vier der Stäbe schon mal eine tolle Karte. Das Erreichen eines Zieles, eines Meilensteines oder eben eine Feier oder es gibt irgendeine gute Nachricht, die reinkommt. Im Element der Münzen, die wir dann hier sehen, haben wir die sieben und die fünf Münzen. Fünf Münzen sagt mir, dass es hier noch irgendeine Art Mangel gibt, den du überwindest, der aber ein bisschen Zeit braucht. Wir haben hier die sieben der Münzen. Sieben der Münzen ist zum einen diese Energie, geduldig sein, bis sich die Dinge weiterentwickeln. Und hier haben wir aktuell, fehlt es dir an etwas, vielleicht fehlt es dir an den Finanzen. Du bist dabei, die Finanzen aufzubauen, musst aber ein bisschen Zeit investieren oder beziehungsweise auch geduldig sein. Und bist vielleicht auch ein bisschen am Überlegen, hey, was lohnt sich denn jetzt wirklich? Welche, wo investiere ich meine Arbeit hinein, damit sich meine Finanzen hier verbessern? Aber auch in anderen Bereichen, was auch immer dieser Mangel ist, der kann ja auch intern sein, ne? Das könnte ein Mangeldenken, ein Mangelbewusstsein sein. Und du fragst dich hier vielleicht, okay, was sind die Dinge, also abgesehen davon, dass du mit dieser Situation ein bisschen geduldig sein musst, mit dieser Kombination, könntest du dich hier auch fragen, hey, okay, wo investiere ich denn jetzt meine Zeit und Energie rein? Was sind die Dinge, die mich dann letzten Endes wirklich nähren, wo ich Energie auf gewisse Art und Weise zurückkriege, wo die Arbeit und Energie, die ich investiere, sich auszahlen wird? Und da könntest du gerade in der ersten Woche so ein bisschen am Abwägen sein, was quasi so die Dinge sind, zu denen du Ja sagst und die du jetzt näherst, an denen du arbeitest, damit du diesen Mangel überwindest. Und für manche von euch, mangelndes Selbstbewusstsein beziehungsweise mangelnder Selbstwert, könnte hier natürlich ebenfalls dann liegen, ne? Und du sagst, okay, was mache ich denn jetzt, um das, sag ich mal, auszugleichen und aus diesem Mangel rauszukommen? Lass uns mal weiterschauen, dann haben wir die Achtstäbe. Hier haben wir das Ast der Münzen und dann haben wir auch noch die Gerechtigkeit. Mit dem Ast der Münzen, was ganz spannend ist insofern, weil wir hier diese Münzkarten haben, die quasi sagen, dass es eine Problematik mit der Stabilität gibt in der Situation in dir. Oder mit dem Thema Mangel ist es hier ganz spannend, weil wir das Ast der Münzen haben. Das heißt, was wir hier im Prinzip sehen, ist so, dass du in der ersten Woche quasi die Gedanken darüber machst, ne? All diese Dinge, worüber wir gerade geredet haben und dass dann hier aber schon irgendein Neuanfang ist. Neue Finanzen, neue Stabilität, neue Arbeit, neues Zuhause, irgendwas, was jetzt anfängt zu wachsen. Das heißt, es könnte sein, dass du hier vielleicht auch ein neues Projekt annimmst oder eine neue Situation sich dir zeigt mit dem Ast der Münzen. Irgendwas, wo du sagst, okay, darum kümmere ich mich jetzt, weil das hat wirklich das Potenzial, mich aus dem Mangel rauszubringen, beziehungsweise in die Fülle zu bringen oder langfristig in die Stabilität zu bringen. Es kann sein, dass dir hier etwas gegeben wird. Auch im wahrsten Sinne des Wortes, Ast der Münzen kann ein Geschenk sein, ein Geschenk des Himmels, das dir jetzt gegeben wird. Oder eben von einer Person, aber auch da könntest du sagen, hey, das ist ja voll super, dass ich das jetzt habe, dass mir jetzt dieses Geschenk gemacht wurde. Also in irgendeiner Situation könntest du ein Geschenk sehen oder dir könnte jetzt wirklich ein Geschenk gegeben werden. Was wir dann haben als nächstes, sind hier schnelle Entwicklungen. Das ist natürlich schön. Auch das Thema Bewegung, Aktion könnte in der zweiten Woche eine große Rolle spielen. Umzug, Reise, eine Möglichkeit oder du bist sehr aktiv, du bewegst dich viel. Auch in einem Business oder bei einem Projekt oder in einer gewissen Situation könnte sich jetzt hier sehr, sehr schnell sehr viel fortbewegen. Und auch wenn wir es so lesen, dann wäre es halt auch gegebenenfalls möglich, dass eine Kommunikation oder Informationen, die jetzt reinkommen, hier einen Entwicklungs-Push geben, der sehr schnell in irgendeine Art Neuanfang führt, sehr schnell in irgendeine Art Stabilität führt. Die Gerechtigkeit sagt uns dann auch in der zweiten Woche, dass es für dich auch nochmal darum gehen wird, eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise eine Situation zu bewerten. Das haben wir aber hier und das haben wir hier auch. Beide Karten, erste, zweite Woche im März, kann es also für dich nochmal gehen, Situationen sich nochmal anzuschauen, zu hinterfragen, zu bewerten, um dann eben eine Entscheidung zu treffen, die hier nochmal liegt. Dann haben wir die vier der Kelche, dann haben wir die zehn der Kelche und was haben wir noch? Die acht der Münzen. Die vier Kelche sagt mir, dass es eine Situation erstmal hier gibt, in der du unzufrieden bist. Irgendwas macht dich nicht glücklich oder erfüllt dich. Auf der anderen Seite kann es aber auch in der dritten Woche etwas geben, wo du sagst, ey, aber das erfüllt mich zutiefst und da stecke ich jetzt weiter Arbeit rein. Was wiederum spannend ist, weil, guck dir das mal an, aktuell haben wir ein, zwei, drei, vier Karten aus dem Element der Münzen. Zweimal die Kelche, zweimal die Stäbe, das heißt, die Münzen überwiegen gerade. Das heißt, für dich wird es in diesem Monat sehr viel, und wir gucken gleich mal, was hier kommt, wenn jetzt hier gleich vier, drei Karten kommen aus dem Element der Kelche, dann überwiegen die natürlich. Aber aktuell, erste, zweite, dritte Woche, überwiegt die Thematik der Arbeit, beziehungsweise der Stabilität, wo es gefühlt darum geht, zum einen zu schauen, dass du dich aus einem Mangel befreist, ob im Innen oder im Außen. Und dass es darum gehen wird, zu entscheiden, in welche Situation du jetzt mehr Arbeit reinsteckst, um diese weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite kann es sein, dass eine Situation hier vielleicht auch kippt. Du hast hier vielleicht, also es könnten zwei unterschiedliche Sachen sein, dass du sagst, hey, das ist das, was ich nicht mehr möchte, was mich nicht erfüllt, das ist das, was mich erfüllt, und jetzt weiß ich, woran ich arbeite. Auch hier, die Energien können so ein bisschen fließend sein, vielleicht zieht sich dadurch diese Entscheidung auch noch so ein bisschen hier in diese Woche rein. Was es aber auch sein kann, ist das natürlich eine Situation, wenn du erst die Vier und dann die Zehn der Kirche hast und sich das alles auf eine Situation bezieht, kann es natürlich sein, dass eine Situation sich verändert, und zwar von einer vielleicht ein bisschen frustrierenden Energie, Glas ist halb voll, ja, weiß auch nicht, lethargisch, zu, okay, irgendwie hat sich diese Situation voll gedreht und gewendet, sodass du jetzt motiviert bist, mehr Energie reinzuschicken. Vielleicht ist dir einfach klar geworden, bewusst geworden, weil du dich mit deinen Emotionen und Gefühlen auseinandergesetzt hast und mal geschaut hast, hey, was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Weil diese Karte, es kann immer mal sein, dass wir in der Situation nicht glücklich sind, aber diese Karte lädt dazu ein, irgendwann zu sagen, so, hey, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt musst du dir mal Gedanken darüber machen, was dich wirklich glücklich macht und erfüllt. Und so könnte das genau das Ding sein, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst in dieser Woche oder das einfach auf natürliche Art und Weise passiert, dass du über deine Gefühle nachdenkst und sagst, hey, irgendwie, ich bin gerade nicht so ganz glücklich mit einer Situation oder meinem Leben generell, was brauche ich denn eigentlich, um Zugriff zu haben auf die Zehn der Kelche? Und daraufhin dann quasi zu entscheiden, hey, und jetzt geht es hier weiter, jetzt arbeite ich an einer Sache. Natürlich kann das auch was mit der Arbeit generell zu tun haben. Dann haben wir die Acht der Kelche, dann haben wir den Buben der Kelche und wir haben den König der Stäbe. Mit dem König der Stäbe grundsätzlich geht es darum, deine Ziele und Visionen und darum, diese erfolgreich zu erreichen. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, dass du, was dann auch wiederum sehr spannend ist, hier erstmal die Acht der Kelche hast. Guck dir das an, was wir hier gerade hatten. Das heißt, du findest gefühlt heraus, was du jetzt hinter dir lassen musst, weil irgendwas hier nicht funktioniert. Weil du sagst, hey, das macht mich nicht glücklich, das erfüllt mich nicht. Das macht mich aber glücklich und erfüllt mich. Oder ich weiß jetzt, in welche Richtung ich gehe daran, arbeite ich jetzt um und investiere Zeit, um das weiterzuentwickeln. Dementsprechend könntest du hier in der letzten Woche etwas hinter dir lassen. Etwas oder jemand. Du gehst aus einem Job raus, einer Beziehung raus, du ziehst um. Aber du hast gleichzeitig hier mit dem Buben der Kelche diesen Neuanfang. Bube der Kelche ist deine Visionen, deine Träume in Bezug auf Sachen, die dich glücklich machen würden oder erfüllen. Das kann ein Neuanfang in der Liebe sein. Eine neue Person sein, auf die du dich vielleicht auch zubewegst. Oder irgendwas, was du loslässt, aufgrund dessen, dass hier etwas Neues ist, von dem du denkst, dass dich das glücklicher machen wird. Das kann zu tun haben mit dem König der Stäbe, Feuerzeichen, jemand, der sehr unabhängig ist, charismatisch und charmant. Oder der König der Stäbe könnte auch ein Berater sein an deiner Seite, welcher dir jetzt hilft, deine Träume und Visionen, von denen du glaubst, dass die dich glücklich machen werden, zu erreichen. Also ein Berater, ein Coach, ein Trainer könnte hier ebenfalls liegen. Es kann auch deine Energie sein, dass du jetzt einfach sehr reif und weise handelst. Der König der Stäbe hat sehr viel Erfahrung. Und wenn das deine Energie ist, dann triffst du jetzt vorausschauende Entscheidungen, die dich gefühlt auch einem Ziel näher bringen sollen, wo es darum geht, dass du glücklicher bist oder dieser Neuanfang, der hier liegt, weil du lässt etwas hinter dir und dann haben wir hier den Neuanfang. Der wird dich sehr glücklich machen, das ist eine leichte Energie, das ist verträumt, hoffnungsvoll und das sehen wir hier. Lass uns mal schauen. Eine größte Herausforderung ist dann der Ritter der Kelche und der Tipp ist die Sechs der Stäbe. Der Tipp, bzw. die größte Herausforderung könnte es sein, zum einen mit etwas in die Aktion zu gehen. Das könnte natürlich hier sein. Mit etwas in die, oder gerade in der, ja guck mal, jetzt haben wir hier nämlich noch zwei Karten aus dem Element. Und jetzt überwiegen tatsächlich auch die Kelche. Aber wir sehen auch, dass die Kelche hier in deiner Herausforderung liegen. Was haben wir am unteren Kartenrand? Die Kraft, okay. So, das heißt, was haben wir hier? Deine größte Herausforderung ist irgendeine Aktion oder Bewegung, von der du glaubst, dass dich das glücklich machen wird oder erfüllen wird. Oder es kann hier auch um die Liebe gehen oder um Romantik gehen. Eine romantische Situation könnte hier mit gewissen Herausforderungen kommen. Ein Treffen, welches sehr emotional ist, könnte mit Herausforderungen kommen. Vielleicht fühlst du dich aber auch blockiert ein bisschen oder sagst, oh, hier meinen Weg zu gehen, meinen Herzensweg zu gehen oder meiner Intuition zu folgen, um meine Ziele zu erreichen, um wirklich glücklich und erfüllt zu sein. Das könnte hier mit dem Ritter der Kelche eine Herausforderung sein. Wenn es hier um einen Flirt geht, dann könnte das natürlich etwas sein, gerade mit dem Ritter der Kelche. Ritter der Kelche in der Herausforderung könnte die Problematik sein, dass man eine sehr idealisierte Vorstellung hat, was auch wieder mit dem Buben der Kelche gegebenenfalls sein könnte. Vielleicht hast du von einer Sache oder Situation eine idealisierte Vorstellung und es könnte vielleicht auch nicht so wirklich geerdet sein in der Realität. Das heißt, mit dem Ritter der Kelche könnte man, genauso wie mit dem Buben der Kelche, noch die rosa-rote Brille aufhaben, bezogen auf eine Situation und sagen, oh, ja, ist ja alles so prima und so toll und so hoch, man fliegt so auf Wolke 13 oder sowas. Und ja, das kann eine Herausforderung sein in dieser Position. Für diejenigen, wo es schlichtweg darum geht, dass die Herausforderung ist, deinem Herzen zu folgen und mit irgendwas in die Aktion zu gehen, von dem du denkst, dass dich das glücklich machen wird oder erfüllen, dann würden die sechster Stäbe bedeuten, Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben im unteren Kartenrand die Kraft. Die Kraft sagt mir, grundsätzlich ist es natürlich schön, kraftvoll zu sein, aber es bedeutet, mutig zu sein oder geduldig zu sein oder cool und gelassen zu bleiben in einer Situation, die dich normalerweise aus dem Gleichgewicht bringen würde. Das heißt, wenn wir die Kraft hier haben, ist es eine Aufforderung, dass es jetzt darum geht, eben cool, gelassen, ruhig zu bleiben, sich nicht triggern zu lassen, sich von Herausforderungen nicht unterkriegen zu lassen. Sprich, mit der Kraft, die hier unterliegt, könnte es nochmal die ein oder andere Herausforderung geben, wo aber dann die Kraft sagt, hey, du hast aber die Kraft und Stärke, das zu überwinden. Das Einzige, was du tun musst, ist cool bleiben, ruhig bleiben, durchatmen, geduldig sein oder vielleicht in manchen Situationen, gerade in diesem Aspekt, vielleicht mutig sein. Und guck dir das an, glaubst du es oder glaubst du es nicht. Wir haben hier das Thema Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg. Und haben wir das nicht gerade hier gesagt. Ah, ist das nicht schön. Also für dich nochmal doppelt und dreifach. Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zum Vertrauen, äh, sorry. Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zum Erfolg. Hat zu tun mit irgendeiner Art Neubeginn in deinem Leben. Und das ist das, was wir hier eben auch nochmal sehen. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also wenn wir uns jetzt die ganze Legung anschauen, sehen wir, dass deine Emotionen und Gefühle ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Aber dass es auch darum gehen wird, ähm, zu schauen, dass es hier irgendwas gibt, was dich nicht glücklich macht und erfüllt. Dass du dir gefühlt klar werden wirst, darüber, was es ist, das du brauchst, emotional, ähm, um dich davon, von einer Sache zu lösen, wegzubewegen und gegebenenfalls in eine neue Richtung zu bewegen. Und das kann aber sein, dass das die große Herausforderung ist. Gleichzeitig schaust du im Bereich der Münzen, und das kann sein, dass das quasi auch ein Ding ist, ne, wo du versuchst, dein Selbstvertrauen zu stärken. Also was ich schon sagte, ein Mangel an Selbstvertrauen, Mangel an Selbstbewusstsein, daran zu arbeiten, könnte auch etwas sein. Ähm, was wir hier mit den Fünftermünzen als Mangel haben und wo es dann, wo ich schon vorhin sagte, ne, darum geht, zu schauen, wo investiere ich jetzt meine Zeit, äh, was sind die Dinge, die mich nähern, aber was, wohin investiere ich meine Zeit auch in Situationen im Außen. Die schöne Sache ist, dass wir im Prinzip hier direkt mit einem, mit einer guten Nachricht, einer Feier starten, ähm, einen Grund zum Feiern, einen Meilenstein. Und ich habe das Gefühl, dass hier sehr, sehr viel Entwicklung ist. Wir haben dreimal die Acht in diesem Monat, also die Achter im Tarot stehen immer für Entwicklungen, ähm, Entwicklungen, die zu einem gewissen Grad vielleicht sehr schnell kommen, äh, wo du dich entschließt, an etwas jetzt zu arbeiten und deinem Herzen zu folgen, um wirklich glücklich und erfüllt zu sein in deinem Leben, in einem Lebensbereich oder in einer bestimmten Situation. Äh, ihr Lieben, was wir jetzt einmal machen ist, wie immer, wir gehen rein mit dem Lennarmor, das heißt, ich ziehe dir jetzt für deinen März nochmal das Lennarmor. Wir schauen rein in die Details zu Thematiken wie Beruf, Finanzen, Liebe, Beziehungen und alles, was sonst noch um dich herum wichtig sein wird. Das heißt, als Zusatzlegung, äh, auch, werden wir diese Karten wieder hier an der Seite haben, sodass wir uns da auch nochmal drauf beziehen können, äh, schauen wir jetzt in weitere Details für deinen Monat. In diesem Sinne, unter diesem Video findest du den Link, oder die beiden Links zu Teil 2 deiner Märzlegung. Der erste Link in der Infobox unter diesem Video ist zu Vimeo, der zweite zu Patreon. Kannst da aber auch gerne nochmal ein paar Minütchen dranbleiben, weil wir schnuppern jetzt schon mal in die Vorschau der Erweiterung. Hallo, lieber Skorpion und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Liegung, wo wir jetzt in die Details gehen für deinen März. So, dann lass uns einmal reinschauen. Wir ziehen das große Blatt mit dem Lennarmor. Hupala, haben dadurch Einblicke zum Thema Liebe und Beziehungen, Beruf und Finanzen und alles, was noch so um dich herum wichtig sein wird. So, im Lennarmor gibt es immer eine Dame und einen Herren, die Dame Nummer 29, das bist du, egal ob du Mann oder Frau bist. Und der Herr, auch der Herr wieder eine Personenkarte, wo du einfach das Bild ausradierst und die Person reinpackst, mit der du es zu tun hast. So, wir starten mit dem Buch. Hier liegen gefühlt Informationen, Wissen, Fakten, die Teil sind irgendeiner Langzeitlösung oder was gewisse Entwicklungen angeht. Hier haben wir Le Monsieur, Person ausradieren und die Person reinpacken, mit der du es zu tun hast. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. So, also, die erste Botschaft, wie gesagt, die ich hier für dich bekomme, ist Informationen, Wissen, Fakten bringen Lösungen zum Thema Wachstum oder können mit Sicherheit Wachstum bringen in einer Situation oder Langzeitlösungen können hier gefunden werden oder Lösungen für Langzeitentwicklungen. Was ich sehr spannend finde, ist den Anker hier in dieser Position, aufgrund dessen, dass der Anker in dieser Position bedeuten kann, dass du hier einen Neuanfang hast im Bereich der Arbeit, neue Stabilität. Warum ist das spannend? Weil wir hier das Ast der Münzen haben. Vielleicht lernst du etwas Neues dazu, irgendwas Neues könnte im Bereich der Arbeit kommen, vielleicht fängst du auch eine neue Arbeit an, auch das wäre möglich. Wir schauen uns das Thema natürlich gleich im Detail an. Lass mich erstmal die Karten auslegen. Hier ist deine Karte, du bist im Hause der Liebe. Hier ist die Liebe im Hause der Beziehung. Also es kann sein, dass wir hier eine Herzensverbindung, eine Liebesbeziehung haben. So, schauen wir uns das Ganze hier gleich mal an. So. Okay, fangen wir mal mit deiner Karte an. Was ich sehen kann, ist, dass du hier mit irgendwas in einem Zwiespalt bist. Hier gibt es gefühlt eine Belastung. Etwas belastet dich. Hier könnte auch ein Karma liegen. Karma, Belastungen, die hier an dir dran sind. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, was belastet dich hier? Zum einen im Haus der Belastung haben wir das Thema Umzug, Reise, Langzeitentwicklungen. Zum einen im Haus der Belastung haben wir das Thema Umzug, Reise, Langzeitentwicklung, 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 Reise, Langzeitentwicklung Untertitelung des ZDF, 2020